Ich habe viel von dem Schmerz, den ich angesammelt hatte, von dem Trauma aus meiner eigenen Kindheit, transformiert und projiziert auf Gott. Ich hatte Wut auf ihn und ich war zornig mit ihm. Ich habe natürlich auch viel Lästerung betrieben. Ich habe bewusst Gottes Wort genommen. Es verdreht in meinen Texten. Dann merkte ich, dass ich mich nach Konzerten unter der Dusche bei Gott für das Konzert bedankte, wo ich ihn eben gelästert habe. Da dachte ich, das ist irgendwie komisch. Das passt einfach hinten und vorne nicht mehr. Du glaubst eigentlich schon im Herzen an Gott, aber du singst Lieder gegen ihn. Dann bin ich ins Gebet gegangen. Jesus Christus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm in mein Leben. Das war der Moment und der Schritt zur Heilung. Die ganze Belastung loszuwerden. Die ganzen negativen Stimmungen, die sich angesammelt haben. Das Trauma zu heilen. Der Heilige Geist konnte das. Ich bin heute ein zufriedener Mensch.